Servus Leute, wie geht es euch heute? Ich bin der Roller Mingwanz und ich heiße euch heute alle wieder. Herzlich Willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftserberung. Heute wollen wir uns diese Faison mal reinziehen und mal gucken, was sich auf dem Kasten hat. Als Oberherrn haben wir einen Brecher mit Namen Garst, der Verwüster von Maru Dörst Stamm. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, einen Verwüster einzusetzen. Also einen Brecher. Oha. Da hat er natürlich auch noch ein paar schöne epische Eigenschaften. Das wird ein harte Klotz, meine Lieben. Oh, ein Wort hat der Torwäscher. Das passt eigentlich ziemlich gut, weil das ist die erste. Das ist ja direkt am Tor, wo der steht. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool gewählt, muss man echt sagen. Puck, der Grausame ist mit am Start. Der Puck. Der Puck, den man durch die Gegend schickt. Puck, den wir alle. Das ist, der ist von mir. Das ist einer von meinen. Den habe ich gemacht. Finde ich persönlich sehr geil. Äh, was haben wir noch? Ratak, Läusekopf, auch mit am Start. Und, äh, was sind die... Das sind die... Die rollten, groß, nur so sehr dunkelangelegt. Nicht? Alla! Geil! Ein Waldläufer schlechter und dieses Mal wenig. Und dieses Mal kein Turm verstößt. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Und, äh, ja, ich denke ohne viele rumgeschwafeln, gehen wir nur los und let's go. So, so. Darf ich mal loslegen? Und uns dieser Zitat ja leider nehmen Eins runter und eins miteinander Ja, vier Ratten. Oh krass, ein Goldteam. Nein. Der Wahrsager. Nein, nein. Leg mir die Tarotkarte hoch. Da brennt sie. Ja, mit dem. Haha. Ja. 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 So. Ich habe vieles gesehen, das erst noch geschehen wird. Einen kopflosen Schatten. Eine weiße Hand. Und vor allem. Deinen Tod. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann mal so scheiß zusammenschwitzen. Du hast mich besiegt. Doch ich sterbe glücklich. Denn ich weiß, was dich erwartet. Du stirbst glücklich. Du bist es doch schon. Halt. 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 war überlegt hat nur komischen zu den herrschern arsch mehr als einmal hat er vermöhnlich niemals die sind länger als die schien ja oh genau nicht stehen bleiben weitermachen ohne zu lachen Prozent 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 1 der der will was Vielleicht bist du besser als der Oberheißer, aber wenn nicht. Äh, nee. So, ja, weißt du, Tote ist Tote. Das ist keine Bedeutung. Dich zu töten wird mir eine große Freude sein. Weißt du, was du? Ja, nee. Okay, okay, ja, ja. Ach, nicht. So, wenn du dochst. Merken, Herr Müller. Da ist er noch. No, ja, ichelle Schiff. Oh, scheiße. Bitte keinen Presser, bitte keinen Presser, bitte keinen Presser, bitte keinen Presser. Kommt näher, Grabwandler. Atme tief ein. Du stehst aus dem Maul, wenn du aus dem Arsch. Oh, ja. Mein Feuer mit Rohre ist fast. Kein Presser. Ich will das haben. Nein, weiter geht's. Ähm. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So. So. Jetzt. Oh, scheiße. Alter, das ist Eis. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Alter. Alter. Ah, ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Es. Geht! 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 das war ein ich werde dich fürchten dann schmerz ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich mache meine waffe roth meine hände kein problem ich habe noch ein bisschen farbe im keller scheiße alles klar alles 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 die 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 st 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 er wollte sich mit dem anlegen die das ist die Acker für alle ich bin der Waldläufer schlechter ich sollte gestürzt naja heute nicht aus dem hast du mich viel schleimig gefangen das hat wirklich gegenseitig ich kämpfe weiter die Teile wollen sie den Körper haben? Ja bitte einer hier, einer da und jetzt ist es so wunderbar haben wir euch auf die Fräse jetzt gibt es frisch aufs Maul den nehmen wir auseinander kein Problem ein Mensch in meinem Turnsaal? für diese Frechheit hast du? die Tür war offen die Tür war offen ich wollte hier Geld abheben das ist echt so als ob die jede Bank gefühlt ausgeraubt hätten so viel Kohle wie die die da haben ey und auch nicht das kannst du auch gerne das brauchst nicht mehr also fürs Licht spiel in deiner Fresse an nein, das bringt einmal hoch und bin fast fast am Arsch also ich bin fast am Arsch ich bin fast am Arsch den mein meister wird dir die Haut von de weichen knochen sie bei uns hat was weiter Oh, falscher Yo, neu What the fuck? Egal, was denn zu uns? Oh, scheiße, Leute Wir müssen hier hören Verflucht mal scheiß Kerl Ich kenne keine Die Heiß spritzen allen den Hals umzudrehen bis sie ergrenzt Ui xD 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 brecher und moichert das ist schon eine ekelhafte kombinierende hey ich bin auch geraten scheiße steig Ich hab' den Ecken. Ich hab' den Ecken. Hab' ich. Oh, ich hab' den Ecken. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich hab' den Ecken. Mein Leben als Diener. Scheiße. Niemand kommt dir zu nah. Ah, shit. Ich hab' den Ecken. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ine. Ich habe ihn. Ich hab den Läggen geholfen gebeten. Scheiße, wie du? Oh Das ist gut, wir tun den Todschlag. Na gut. Wir haben einander. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin aus. Haha. Oh, da ist falsch. Juggeräusche. Volle, wenn wir eigentlich angreifen! Das schützt, du. Verdammt! 嗎? Genau so. hier sind eine und noch eine hinterher der betäubt uns alle kreis egal die die festung gehört uns zwar ein feindes gemetzelt ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe dass die like-bewertung ab oder oder bis dahin bis zum nächsten